Unser einer braucht ein ganzes Magazin. Ja, ich... Wenn man mit Twitch umgehen kann, der ist schon echt gut im Vorrang. Immer sofort drauf. Siehst du, wenn man mit Twitch umgehen kann, der ist drauf. Hallo Leute, ich bin der Miro und heute gibt es mal wieder ein kleines Special zu einem Operator. Zu meinem Lieblingsoperator derzeit. Und um wen es geht, konntet ihr natürlich schon im Titel lesen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge und los geht's. Von unten oder aus dem Raum? Äh, äh, die hinter dem Schild. Die lag zwischen Bar und dem Schild und da habe ich sie weggesehen. Na, die eine Wand haben sie nicht verstärkt. Da hat die Bitch einen Headshot bekommen, Alter. Gott, von hinten! Oh, Alter. Da hinten rechts, hinter, hinter, hinter diesem Ding, oder? Lower. Weg dich hin. Da sind zwei Gründe. Und einer ist rechts im Raum. 5 Sekunden left. Ist umkämpft? Ich muss nachhören. Links, ja? Links, man. Yeah, wir wollen. Schlimm, wir wollen. Oh, nee. Nein! Nein! Schade. Ey, das wäre ultimativ gewesen. Wir haben's. Nice. Oben sind Backos so drinnen. Oh, da war... Okay, einen hab ich. Nice. Cam weg, ja. Äh, ja, Cam ist weg. Jeder ist weg. Nice. Wir sprengen hier mal links. Durch den Gang, ganz hinten durch. Das ist gut, ja. Letztend, ja. Nice, Junge. Schön gut. Oh, Alter. Was schießt denn hier? Lol, da wurde jemand angeschossen. André, geh nicht gleich als erster, so alleine vor. Ah, hinter diesem komischen Tisch in der Mitte liegt Valkyrie. Die MP-Granaten haben. What the ffff? Wann soll ich denn am besten eine werfen, ey? Nee, jetzt nicht. Hier, hatte ich mich stecken. Scheiß, Mann. Irgendeiner knallt nicht auf. Okay. MP-Granaten sind vorbei. Ja. Der war am Treppenaufgang. Ja, Milano hat den schon, oder? Oder verfolgt den zumindest. Er ist down. Er ist down? Unten in der Küche, unten in der Küche, ja. Küche und dann links. Geh rein, geh rein. Na, ich weiß ja nicht, ob hier noch jemand anderes rumgelungert. Genau, ganz links jetzt. Down, links, links. Da. Und dann, die kommen von hinten die Treppe hoch. Und dann Küche aus. What? Ich hänge. Ich hänge wieder. Alter, ich rass hier aus. Achter, du kommst da nicht durch. Einmal mir rum. Liegt die im Raum, oder was? Ja, wo ist sie zwei, drei Dinger mit dem Schock dran? Wie dumm ist sie denn, Alter? Woher will sie denn hin? Ja, sehe ich nicht. Bleib hier, Schlappe! Die hängt auch fest, oder? Die kam da auch nicht raus. Nein! Okay, jetzt weiß ich auch, wo sie ist. Frost hatten die nicht, also du brauchst auf keine Feine aufpassen. Alter, hier komm ich auch nicht rein. Was ist das denn für ein Bullshit? Seht's die nur noch da? Oh, du musst auf K gehen, ne? 10 Sekunden left. Oh, Leute. Boah, Miro, Alter. Ich würde sagen, eine bearbeitet links, einer rechts. Miro, machst du links dann? Ich mach rechts. Okay. Das ist aber richtig scheiße. Leute. Die sind echt nicht gut, ne? Alter, Mitch, mit dir kriegt man voll geile Gegner. Na, dann bleib ich natürlich. Oh, fuck. Oh, fuck. Boah, das ist ein Ace-Niner. Alter. Der kommt hier bei mir. Blau. Hier ist Jäger gewesen. Also, der hat mich jetzt zurückgehe. Oder auch nicht. Schöne. Schöne. Ich weiß es aber nicht. Schöne. Oh, fuck. Ab sie. Die hat eine Cam rausgeworfen, ich sehe sie noch nicht. Der ist down, der ist down, macht tot. Der eine ist im Nebenraum. Der ist im Kontrollraum, warum konnte ich den nicht durchkriegen? Ah ja, der ist noch ganz hinten durch. Ich bin in der Falle geblieben. Der ist da im Raum, oder? Oh, Falle. Und damit ist mein kleines Twitch-Special auch schon vorbei. Ich könnte zwar gleich noch eine zweite Folge nachliefern, da ich noch so viele Clips über habe, da es ja auch im Ranked mein Haupt-Operator schlechthin ist. Aber jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye Leute. Und ciao.